Aha, aha, aha. Hallo, wie heißt du? Guten Morgen, ich heiße Maria. Und du? Ich heiße Karl. Wie alt bist du? Ich bin zehn Jahre alt. Und du? Ich bin zwölf Jahre alt. Hast du ein Haustier? Ich habe einen Hund. Mein Hund heißt Herbie. Und du? Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Tatzer. Sie heißt Fifi. Dein Hund ist nicht sehr freundlich. Nein, Herbie, nein. Oh, Fifi, meine Katze. Guten Tag, Herma Jefferson. Guten Tag, Klasse. Und du? Wie heißt du? Wie alt bist du? Hast du ein Haustier? Wie alt bist du?